hallo und willkommen zurück zu final fantasy 14 heavens war so heute werden wir uns mit den ganzen normalen mission hier in kredanien beschäftigen so wenn da noch zeit ist werden wir uns mit dem bistarium beschäftigen aber zuerst mit den ganzen nebenmissionen hier so wie ist ein mission hallo hallo welcher nager ok der pikini bio salon sucht dringend ein kammerjäger der einige baumhörnchen das nagen austreibt ok mein freund jawohl wir möchten gerne diese nager platt machen so ist die nächste mission da unter ich habe doch so eine art kuchen damit ja wir haben die größte stoffe kine plus 3 30 mut abgelaufen ist weiß ich der party ist zu ende wenn ich dann hier das sind blimmsa lummsa sieht es nicht herrlich aus da richtig bezaubernd so ich bin gespannt was die hauptmission dann wieder ist jemals mit ruf des meeres stand am anfang ruf des meeres ok immer das zwei fliegen mit einer klappe 18 munter könnte hilfe bei der beschaffung einiger gegenstände für die klage eigement gebrauchen ich bin also ich soll was abholen hieß es und ich bin so das habe ich okay das nächste ist das jetzt für zeiches also total abwesend ist dann kommt wieder abgestürzt oder was soll das bedeuten fragen über fragen die man nicht beantwortet bekommen zurück an die bahn dann kann man sich dann doch mal in der hand übernehmen so was so was bei dir abliefern hieß es aber ich habe ein horn ich habe bienenwachsfett und ich habe ein robustes strohseil dankeschön man tut was man kann so was die nächste mission ich habe gehört du hast du hast einen auftrag für mich hast du gehst plus routine und kegel die wache wacht der soldat du im messand wandelt ungeduldig auf seinen wach ablösung dein kollege hat verpennt anscheinend oder hat vergesst dass er schießt hat kein problem das liefern wir ab ähm er wäre eine zwanzig was auch immer du hier machst mach weiter so spuren einer nacht stelle könnte hilfe bei der pflege von mit titos amphitheater gebrauchen nur so geschieht ein paar möglichen müssen sammeln gut man sagt die anfangsmissionen von allen drei staaten sind ungefähr gleich man muss solche objekte sammeln man muss gegner platt machen man muss was ausliefern man muss bestimmt so eine wie heißt es so eine emotions mission wieder machen also ist jeder der drei staaten gleich so warte mal wo ist denn der letzte einer zwei ah da ist er gar nicht gesehen eben so ich habe sauber gemacht bis jetzt teilsdorf ne dankeschön wenn ich mit meinen noch sieben aufnahmen fertig bin werde ich privat dann wieder spiele so hallo ich kann alles dafür wenn du penchst wenn ich das richtig gelesen habe sollst du ihn ablösen oder nicht oder soll man dir bloß bescheid sagen das kann ja kaum gut seitdem ich es immer vorlesen muss überfliege ich das meistens immer ach hast du doch deine klamotten wollte schon sagen hast du deine klamotten nicht besagt nicht 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 es sieht nach einer schlag alles kurzen klein mission wo ist die schülerin wo ist deine schülerin wo ist deine schülerin wo ist deine schülerin oder die 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 Restaurant bitte? BD... Ah BD... BDD, BDD, BD, BD, BOO So... BD, 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 BD... Ich bin aber bald, dass du noch was findest, wenn ich sowieso schon da bin. Und dafür habe ich sie total überfordert, dann sieht das nicht hin direkt. Oh mein Gott, das schafft doch jeder! hatte nichts gegen mich gegen sie aber also das hätte ich hoffe ich kenne du naja ich will dann wird ein halter das öl auf das orakel in der grotte der versunkenen gedanken bereitet die droiden ein wichtiger ritual vor doch dafür fehlt ihr dringend benötige treppenhaltige käfer sekret von marienkäfern der marienkäfer klatschern so habe ich das auch so die nächste mission sind da oben zwei stück jetzt auf nach oben so der lässt geht man links rum die man oben rechts rum so das ganze ende weiter diese dämliche emotions mission internet die ich so abgöttlich geliebt habe ich wollte schon lange weg nehmen die emotion die ich kenne die rosen invasion die gärtnerin samiane hat ungewollte blumensamen auf den weg verstreut sie könnten sicher hilfe beim aufsammeln gebrauchen so mädel warum luchst du nach die sammelfanne du du bist sowas von unnetz so Ja, wir sind mal gesammelt, jetzt kommt die nächste, letztens sein, dann sammle ich mal das, was der Rune will, auf. Boah, schon 18 Minuten. Boah, ich hab 12 Minuten verdoppelt hier schon. Hi, ich hab gehört, du brauchst Hilfe. Knoppsen des Vertrauens. Der Gärtner Etelred hat offensichtlich Vorurteile gegen Abenteurer. Trotzdem möchte er einem Abenteuer bitten, etwas zur Gilde der Druide zu bringen. Wie passt das zusammen? Na, sie sieht auch nicht grad besser aus als ich. So, ich muss noch was zum Altar bringen, ich hab noch was fertig. Läuft heute. Oh, die Anfangmissionen sind auch leicht. Größer kannst du ja alle im Dorf erledigen. Oder Mogri, mein Freund. Ja. So, dann muss ich mich dann auf Stufe 20 hochkämpfen mit allen Charakteren. Und dann kann ich dann je nach Mission halt die Charakterklasse wechseln. Das sind deine Blumensämelche. Oh, du kannst nicht ein Stück immer teleportieren. Ja, nicht ins Wasser manchmal. Ja, super. So. Hallo. Ciao. So, jetzt wollen wir mal zu den Druiden. Okay. Denkst du, wenn ich jetzt allercool stehe oder was? Und weil du mit deiner Ninja-Fähigkeit hier rumwuseln kannst, hä? Guuuut. Machen wir mal was danach als Emotion. Super hier, jawoll, so, du bist jetzt glücklich. Ich hab da auch noch eine Mission, ne, wir mal kurz ein Ego-Blick streicheln, ey, wenn man ja schon so Show macht, muss man dann auch schon mal, du für Lob und sage, ey, hast super gemacht, ich hab trotzdem kein Geld von mir. So, da hab ich auch noch Missionen. Ähm, nein, die ist dauernd. Das, was wir in Momoti haben, ist das die Mio-Nähe, die gute. So, warte mal, bist du die Demisch-Mission, die ich nicht will? Der Erlan, Erlan macht in Mio-Münns Hexenstübchen ein verwundertendes Gesicht. Was krieg ich da? Tanz der Fruchtbarkeit. Super. Super. Mit der Frau in den Spielplatz sprechen. So ist es genauso wie du. Ganz Erfolgbarkeit hier. Ah, aber du hast doch diese ähnliche Emotionsmission, die ich hast. Ähm, Simara am Amphibia Theater. Die Ideele von der Gilde der Simara sucht jemanden, der einen Botengang übernehmen kann. Gut, haben wir angenommen, was muss ich jetzt machen? Oh, mit Muschelik, was? Lohelik sprechen. Okay, ist alles doof im Weg. Wunderbar. Ah, da ist er die dämische Kack-Mission. Großer Bruder. Der kleine Nikoliaux benötigt die Hilfe eines freundlichen Abenteurers. Die Mission ist so doof. Ich muss jetzt zwischen ihm und der da hinten und da hinten her trennen. Oh, verbeugen. Ich hasse die Mission. In meinem tiefsten Herzen, nervisch. Und wer mit dem Quassler. Freude ausdrücken. Freude. Wir sind die Emotionsmission hier in Cridania. Soll ich doch nur tanzen? Du kommst nicht weit hier rum, Hewe, du Glennart Knirps. Mach dich psychisch schrecklich. Okay. Warte mal. Nein. Äh, wo steht ein Tanzen salutieren? Äh, vor allen Dingen zu tanzen. Da steht's doch. Da sind wir jetzt fertig. Oh Gott sei Dank. Ich schaue den Tödel. So, mit dir rede ich es noch. Irgendwie hier rein, ich will mit dir quasi lesen, ich will das Thema für sie. Ah, ich will den Ausgang, ich will den Ausgang, Dankeschön. So, jetzt muss ich wieder auf den anderen Platz gehen. Ich will dich mal angucken, ich will dich mal angucken, ich will dich mal angucken. Okay, komm her, komm, okay, ich muss hier auf dem Platz, muss ich zurück. Ah, ziemlich langweilig. Ah, mein Gott, Strecke. Okay. So, weiter geht's. Ähm. Ich weiß gar nicht, was bei dir ist. Ich habe Käse für dich. So, was muss ich jetzt machen? Die Kinder, das Holzspielzeug abgeben. Dingsam und Baumhörnchen erledigen. Okay, jetzt muss ich das Spielzeug abliefern, ja. Ähm, hallo? Hallo? Ah, da ist es. So, das nächste ist hier vorne. da 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 okay sechs minuten habe ich schon vertötelt ich habe niemanden geklasst ich habe das nicht eingesetzt soo wo ist denn das balk hallo kent wo bist du ah da bist du da was für dich alles kann nicht leicht kann ich mich hier teleportieren eine dort wo ich auch gern leben würde in kredan wenn ich ein druide dann bin ich so bikini oder auch so werden so ich musste den druiden welcher beruf ich eher machen wird und den viele soo ich musste hoch ok noch mit so was mission neu kredania du kannst es nicht abliefern ich muss ja stufen fertig sein das ist immer ein beschiss wieso konnte ich es dann machen ok es geht mit die eischen klatschen sag mal so ein kack kann ich mission annehmen und fertig machen aber abgeben kannst du mit der andere stufe oder was super super wieso los und sie müssen es dann nehmen wir sagen ah herzu wenn stufe fertig bist du kärscht nachher kann ich einfach so machen soo es geht um klatschen hier soo why oh wie leist er hier bäms in dein geschicht in dein geschicht BAM! So! Wer ist jetzt vergiftet? Welcher Tipp? So! Dann kann ich mal gucken, ob irgendjemand Hilfe braucht Sieht nicht so aus! Finde ich gerade, wenn ich Eid trifft, schade erst ein paar Sekunden später Eid trifft So! Machen wir euch mal Wind In dein Gesicht In dein Gesicht Bevor der ewig Schal wiederkommt Das ist immer lulkisch So! So! Komm! Müssen dich fertig machen, Junge! Ja! Jawoll! Komm! So! Fertig? Naja! Ich bin Stufe 5 Kann ich eigentlich während so eine Mission die Klasse wechseln? Ah! Ah! Jetzt geht's! Okay, Marshalls! So eine Auto-Attack! Hallo! Danke! Das ist immer das doof! Ich bitte muss immer warten, bis das Einsatz bereit ist Aber wie ihr seht, habe ich Vita angelegt Ich bin schon mal ein bisschen Bis jetzt bin ich schon mal ein bisschen Ich bin schon mal ein bisschen Ich brauche das BAM! In dein Gesicht! Oh yeah! Ich mache jetzt jetzt mit jede Dinge erstmal ein Löffel Löffel, ne? Level 5 Ja! Und dann können wir schon die nächste Mission dann schon mal machen Gut, ich müsste jetzt eigentlich da noch die Schurke und so noch machen Aber das machen wir, wenn wir mit Gretaan hier fertig sind Ich meine, wenn wir sowieso grad gut bei sind, die auf Level 5 zu haben Dann können wir es ja auch gleich weitermachen, oder? Auch nochmal Zeit lang im Wald rum So, ich mache den Schuss Oh, ich freue mich schon wenn ich Reitz hier habe So, ich brauche nur noch die Eye-Change Nooo, mein Bono verfehlt Fertig? Nein, es fehlt noch einer Ah, ich bin fertig Sorgt das mir doch einer So, mit Droide bin ich fertig Fehlt bloß noch den Waldläufer und die Pekingia, okay So, wo muss ich das jetzt abgäffe überall? Ähm... Ähm... Alt-Gretaan? Ja, muss ich eh Aber... Alt-Gretaan? Ja, muss ich eh Oh... Ich weiß sogar wie ich den nennen Ich würde den Liam nehmen Liam... Tiger... Hey, du hast nicht aus wie ich Ich will jetzt aber nicht Du... Waldläufer wohl geschehen Lalalala Ich hab' ich gar nicht gesehen Ich hab' ich gar nicht gesehen vorhin Weeeee... Klatsch Geh' weg! Usch! Oh, ich hab' ich wohl nicht vergessen F. Mie. Bars Brief Die Abenteuerin F. Mie. Bars Von der Gilde der Waldläufer Sucht jemanden, der Ein... Schreiben zum... Markt bringen kann Hey, warte, du siehst aus wie ich Wie bist du... Wer du bist? Chiro... Kawa... Irgendwas Nee... Ich will sie wie er aussieht Lass mich durch Hm... 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 Okay, er bleibt ein Mysterium Ähm... Ja... Gehen wir jetzt mal zum Markt Wenn ich da schon was abgewinnen muss Ah... Das andere hätte ich nicht abgeben Sie müssen erstlevel Stufe 14 sein Aber sie dürfen die Mission aber schon einsetzen Wenn sie... Wenn die Unterstufe 14 sind Juhu... Äh... So, ich muss was abgewinnen So... Lalalala... Lalalala... Hm... Dann kann ich doch gar nicht mal eine Mission fertig machen Dann bist du da auch hin, wollte ich doch noch mal Hii... Ich hab'n Brief für Sie Das Ende Schöne ist... Ich kann wenigstens mit Geld barmen So... Ähm... Ah... Da... Öl kann ich abgeben Was ist die andere Mission? Ich kann nur zwei abgeben Das Öl... Das andere kann ich etwa Stufe 14 Das muss ich mit meinem Hauptcharakter... Mit meiner Hauptklasse erstmal machen Bis jetzt... Hm... Wo ist'n einer Kack? So... Da hab' ich gleich... Ein Sekret... Ähm... Ähm... Ich nehm' lieber... Ich nehm' lieber die... Okay... Jetzt hab' ich das... Wenn ich das mal anlegen, ne? Was? Na, Stufe 5 muss ich sein... Okay... Meinetwegen... So... Wo muss ich ihn jetzt ziehen? Nein... Ah... Da oben muss ich ihn... Okay... Hm... Hm... Ich mag's nicht für mich Leute... Einfach so angucken... Ich mag's nicht für mich Leute... Die machen mir... Angst... So... Jetzt muss ich mal was da her... Sonst muss ich... Begültete Piquinier sind... Hallo... Ich muss... Der freche Naga abgeben... Ähm... Er verfolgt mich... Er macht mir Angst... Leute macht ihn weg... So... Und danach muss ich... Zu meiner Hauptklasse... Leider erstmal wechseln... Durch hat er ein Sekret... Und Chris Ledermann... Ähm... Ich hätte gern die Schuhe... So... Jetzt muss ich erst mal kurz... Die Handschuhe... Häusklinge... Ja... Auch die Handschuhe... Und hier noch irgendwas... Schon als Sitzel... Hier... Sind alle Klasse... Und das ist so... Hm... Wie sieht denn die Schuhe aus? Na... Ich stalle die Schuhe... So... Das wird jetzt noch gespeichert... Ja... Jetzt brauche ich meinen Trank... Profil... Okay... Man könnte immer die Waffe zeigen... Oder nicht? Wenn ich den Hut schon nicht zeige... Aber die Waffe kann man zeigen... So... Jetzt muss ich wieder zu der... Äh... Warte mal... Wo ist denn das? Neuquedania... Ähm... Der Tyritenplatz muss ich... Okay... 100... Gel für ein... Gebiet wo ich schon... In der Nähe bin... Mir seid doch lustig... So... So... Irgendwelche... In psychischen Gründen auch immer... Muss ich dein... Ne... Da kann ich mich zu einer Erdabstufe... Fetze abgeben... Äh... Weil du scheiße bist... Ich bin sogar... Stufe 18... Nicht 70... Wie ich gedacht hab... Das ist erstaunlich... Hm... So... Kacke... So... ... Welken... еще... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du hast die Emotionen Tanz der Fruchtbarkeit erlernt. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und beim nächsten Mal sehen wir uns hier genau wieder. Untertitelung. BR 2018